Hallo und herzlich Willkommen zu einer Revoltsurfolge Klingelbach. Was soll ich sagen, ich habe es mit der Hofbergmann vergessen zu erwingen. Die Zeiten sind anders gekommen, also jetzt kommt die Hofbergmann jeden Tag um 6 Uhr, die Klingelbach um 7 Uhr und die Yogisfelden um 8 Uhr. So, beziehungsmäßig... Versteht mich schon, was ich meine? Ich habe schon in der Hofbergmann gesagt, wenn ihr Modvorschläge habt auf Klingelbach, und teilt mir natürlich die Klingelbach. Wenn ihr Modvorschläge habt, dann sagt es mir, und dann könnt ich wissen, wenn sie die Lok frei sind, Fehler frei, dann nehmt mich die gerne mit bei. Ich habe schon gesagt, das Lächeln über den Wegmann, das kommt beseitigt. Beseitige dich auch so gut wie möglich. Ich guck mir das hin. Oh. So. Der falsche Knopf. Dann müsste ich abkennen. Dann muss ich jetzt gerade abkennen. Das ist jetzt dringend. Wie schon gesagt, der Modvorschläge. Gerne reinballern. Und dann guck ich mir das an. Entschuldigt, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Hier misse ich auch auf, was sind die Mods, die ich brauche nicht. Das kommt weg. Das kommt weg. Habt ihr, wie schon gesagt, ein Mods? Gerne in die Kommentare, guck ich mir an. Dann ist der gut, nehm ich den rein. Hier möchte ich auch gerne gerne schlafen. Ich bin jetzt hier geblieben. So. Machen wir hier rein. Hier ist ein. Und ich entschuldige mich auch wieder für gestern. Da, da kam. So ist es, einen, einen, einen gucktenenenenenen, Untertitelung des ZDF, 2020 so kann ich loslassen jetzt 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 macht es jetzt macht es jetzt macht es jetzt macht es jetzt jetzt habe ich die Fehler gemacht hier hier das da die das das Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh So, jetzt noch eine Palette. Dann sind wir durch. So, jetzt noch eine Palette. 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 So, jetzt noch eine Palette.